Hallo meine Nachnamen und ihr Schatzjäger. Willkommen hier zu Kattentorch. Stresswerker hier oben wir machen das Level A. Wir hatten ja in der Folge der Release heute mit Rebo um 100% abgelassen. Wir haben den Gold Spitz natürlich gefunden und nun geht's zum Zielwerfen im Lochentunnel. Es ist wieder da wo ich bereits gesagt siehst du das? Also wenn ja cool 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 yeah be 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 Yippee! Ja, und wenn wir uns nur einer irgendwo verpasst haben, also, bitte. Ziele erreicht, also fehlt uns einer, verflixt. Verflixt. Einen Diamant fehlt, haben wir den irgendwo verpasst während der Fall? Keine Ahnung. Versteht, alle... Ja, alle verabbringen. Was ist das denn? Äh, was können wir nun? Geh, warte mal auf, der halt der Glutspitze ist. Ist das unser erster Boss? Ansonsten machen wir das in der übernächsten Folge, denn wir wollen ja noch alles komplettieren. Also, wir haben so viel, dass wir noch... Aber wir müssen einfach noch den einen exakten Diamanten finden. Deswegen hier. Hier, wo ist der letzte Diamant? Wo ist dieser Diamant? Da. Ach, verflixt. Ich glaube, wir haben das irgendwo verpasst. Weil da vielleicht der zweite und da der dritte. Hm. Drehreiter in der Kugel. Ich glaube, danach können wir dann... Ich glaube, in der Nameball geht es dann zum letzten... Und dann kommt's zum ersten Boss. Der Herr der Glutspitze. Und deswegen hier, freut euch. Und wir werden das, wie gesagt, noch alles nachholen. Aber schade, dass wir nicht alles haben. Ich weiß ja, wo der letzte ist. Also, von den Kommentaren, wo der letzte Stand ist. Da hätten wir 24 insgesamt. Aber wir können 24 im Drehreiter in der Kugel-Basis oder in der Herr der Glutspitze. Dann sagt er uns holen. Also, nächste Woche 2 Level. Drehreiter in der Kugel-Basis oder in der Herr der Glutspitze. Also, bis dahin eine wunderbare Zeit. Und ciao, euer Krasiosmit.